Hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Folge The Tensline mit mir, die Blucos. So, ja, in der letzten Folge haben wir wieder ordentlich Story gehabt. Wir haben Schiffe erreicht und wir haben den Drakon Lux kennengelernt. Der scheinbar mit seinen Rittern unterwegs ist, um irgendwas aufzuhalten. Das genau habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay, und jetzt sind wir aber hier bei Rick und, ja, Rick besorgt die Verte. Und wahrscheinlich ist es unser Ziel, nicht erwischt zu werden. Oh, Käse. Ich weiß nicht, wie weit ich mich hier bewegen darf. Okay, ich frage mich jetzt, wie ich an die anderen Sachen überhaupt rangekommen wäre, wenn ich überhaupt nicht runterspringen darf. Oder hat er sich gerade umgedreht? Hey, you! Oh, oh. Kobold, get it! Get out of here, you seething mongrel! Oh. Hey, Prinzess. Rick, I heard your thing. Was it you? Me? No, no. I don't, yeah, Prinzess. Never. Could you not call me that loud in public, in case you didn't notice I'm hiding at the moment? Really? Me too. Hey! What are you? Never mind. So, what did you buy me? I'm... Femmish? Let's... Go meet up with Tops first, yeah? Rick, where are you stealing? Look, it's for a good cause, right? He couldn't even miss it. Plus, you... Practical ordered me... To do it? You believe me, right? Not even... Okay, so, sie hat schon gemerkt, dass er klaut, und... Er meinte, ja, du hast ja im Prinzip gesagt, dass ich's tun soll, und... Watch me. What is it? Okay. So. Samson the Tailor. They are decent quality. They should hold up pretty well. Are you sure she wants boots through? She sounds height... Maint... Maintenance? The ones she... The ones she's wearing now are beyond... Worth for wear. I have a feeling that after a week of travel, she will be glad to have them. Thank you once again, Samson. Doing all this for someone you've barely met. Well, it's your coin. Okay, also Tox hat scheinbar für die Prinzessin neue Schuhe gekauft, damit sie nicht irgendwie nach einer Woche schon sagt, äh, meine Schuhe sind kaputt. Tox denkt voraus. Finde ich gut. Ich frag mich, ob der überhaupt Schuhe braucht. Wahrscheinlich eher nicht. Genauso wie ich. Oh, Jacks, they're printed. Oh, Samson. You still work this late? I need a patch on my robe sleeve here. So I was wondering if you could leave it with... Whoa, whoa. Sardinia is off, dude. Yeah, I take it. Just leave it on the counter inside. Oh, sorry. And this is Tox. Good evening. Sky is above. It can't talk. Okay, ich glaube, der hat nur ein Drakon gesehen. That's the easy part. Getting him to keep quiet. This is a weird challenge. Okay. Ihn zum streichen zu bringen ist einfach, aber... Ja. Dass er mal die Klappe hält, das ist die wahre Herausforderung. Oh, jetzt weiß ich leider nicht, was Kahooting heißt. You've got history, that's all. You want that patch done, or what? But... But... Don't read your lines. He's going to kill us all one day. Okay, also, Schame steht in irgendeiner Sage, dass die Drakoments irgendwann alle Leute auslöscht. True. True, perhaps, but that day is not today. Tox. Check if he bothers you that much. Just hand it to me and be on your way. He'll be gone in the morning. You can pick it up then. Hardly, he should be skew among several pitchforks. Among with you at the side. Then bring me your pitchforks. See what goods they do you. This, this isn't over. Here's the guys, be with you, Jack. Shut up. Ja, also, okay. Jack mag scheinbar keine Drakons. Möchte sie wohl lieber mit Mistgabeln ausspießen. Und Tox might don't know, ja. Komm doch mit deinen Mistgabeln gucken, was es dir bringt. You know, you really do kind of overdo it with all the black. Have you considered wearing white? You might make a better first impression. Okay, also, er meint, er übertreibt es mit dem Dunkeln. Also, wahrscheinlich sind seine dunklen Klamotten. Er sollte aber lieber was Helles tragen. Das macht einen besseren ersten Eindruck. Darling noted. Interessiert mich. Ich mein, so gesehen ist er ja auch ein schwarzer Drak. Also, dann noch weiße Klamotten, ich weiß nicht. Er könnte man tragen. Und, let's talk about Tone. Uh, you know, that old saying about catching more flies with honey? I attract plenty of flies. As, as it is, thank you. What? I did say, good evening. And I mean it. He started it, you know. You are standing right here. You saw it. I swear, but this guy talks, one way or another, you really will be dead for me. Also, you will be the death for me. Also, he talks to my arm and say, Was denn? Der andere hat doch angefangen. Und Samson meint auch nur so, boah, er war eines Tages, ey, bist du mein Tod. So, let's see it. Jetzt fummelt sie damit schon wieder rum. Not bad. Definitely got a bit of an edge on it, no? I need to find some, uh, Wheat, uh, Wheatstones to work on my knives. Wonder if, uh, Wonder if he gots any just laying around. No stealing. Come on. They are just rocks, you know? Wheatstones. How much could they be worth? Now set some of your princess magic. Kann er ihre Klinge leuchten lassen? Ah, of course it is. Well, are you impressed? Wahrscheinlich weiß ich gerade nicht mal selber nicht mal, was passiert. Check it out, Tox. Can you do that? Do you come back? Of course you did princess. You can't leave without them. I, um, bought you a gift, my dear. Luckily, not the stanza of clones, since you are the custom to. But I assumed you grew wearing of walking through torns on such thin souls. I hope that's I hope that's a fit. Okay. Ich finde das so lustig. Ich glaube, er macht sich auch so ein bisschen witzig, weil sie nach dem Motto, ja, das ist nicht der Standarddeckel, der Standard, die du sonst trägst, aber es ist besser, als wenn du in irgendwelche Dorn trittst mit den dünnen Sohlen. Boots? Present? Also, äh, Pizzle Closing? Proper for a common worker? Perhaps, but for royalty? Hey, give me a break. Very well. I shall attribute your lack of fashion awareness to your beastly standing. For the time being, however, it's a possible. Okay, sie übersieht seine Nichtahnung von fashion, weil er ja ein Beastly ist. Und, äh, today, die Wärme schon drüber. Go ahead, put them on. See how they feel. Okay, so wie guckt sie die wahrscheinlich da geil. Well, my dear, sie fit. Aand? And, the night is young, I suppose we have a civilisated dining experiment. Oh yeah, you're buying. Indeed I am. I managed to stow away a few gildiets in my shoes. Achso. I managed to stow away a few gildiets in my shoes when I fled from captivity. I suppose you beast are deserving of a sweat just this once. all right. I'm getting about it already. I like it. If you insist, most establishments here are still beast-friendly. I passed the tavern on my way here so if you can stand the bustle I'm game. I'm game. Lead the way. Okay. Also scheinbar will sie jetzt das Essen ausgeben und ich bin mir noch nicht sicher ob sie wirklich eine Prinzessin ist. Also die trumpft so hart auf oder sie ist so übelst verwöhnt. Very well we should also consider picking up a few necessaries along the way the proper way and the third way Eric Ah okay andere Sachen die man kaufen kann. Yesterday's garbage geil fresh product beastly in den winters just by using okay training oh got noch ein tutorial oh das werden wir mehr improve your attack and defense by using items and training your characters first open the menu na gut select training from the training menu next okay choose the princess you'll collect dozens of items on your adventure every item can be used in training speci oh god i have it it's already late for me so specialities power flow and more oh it's already late the study the study box the study box shows training options for the princess you can normally use the directions to move the cursor around between different parts of the status to screen right now through let's start training press the confirm button to begin okay study slash attacks long attacks guard guard durations curved items sharp items and big items okay your inventory appears like so every item will affect the different aspect of your training okay that's that's shape a round item that could also a curved item or a big maybe with the princess attaining can improve either slash attacks or long items when you highlight an item you can see how effective using that item will be for training the skills that benefit are also highlighted in the skill cards below okay achte auf der rechten seite sieht man wie viel das bringt und wahrscheinlich die grünen karten die es aufbringen willtheid geht weniger generosity geht weniger slash patient geht runter dafür zwei slash mehr oh okay let's use an item for training now press the confirm button to choose selected item this is a freebie okay so auf der linken seite sieht man es auch dick das blaue ist das was wir haben und das graue ist das was dazu kommt the princess slash ability has increased when the big buffles up all slash skills will gain a big boost of damage the number of times you can do this is limited by your weapon level shown as a smaller number of the right oh okay der level eins von zwei genau die waffe müsste dann level zwei sein und das ist dann das maximal level increased characters weapon level to trains and okay also wir müssen wenn möglich immer unsere waffe erhöhen damit wir dann auch ja messer train ich hoffe dass das inventory kein limit hat okay however it discreet after every battle so use use your items wisely to keep its top of after each battle train often to get the most out of oh okay das richtig okay also der bonus level wenn er voll ist ist es fast wie ein extra level und ja nach jedem kampf nimmt der ab das ist ja wir müssen wir nach jedem kampf essen oh das wird oh also das entwicklungssystem ist echt heftig was man alles machen kann ich werde die hälfte davon wahrscheinlich irgendwann wieder vergessen okay also mit den großen items kann man die verteidigung länger erhöhen und auch das ist jetzt 100% wahrscheinlich kann man das auf 200 oder 300 Prozent steiger nimmt aber auch nach jedem Kampf ab Training has a price it's shown by the bars think of it like stamina or fuel an item severity determinates the cost to train with it the spa increased after battles and it will also fill the large power frequency with this character okay also man kann nur ja wo setze ich das denn jetzt okay wir haben also den balken den study balken und der füllt sich nach jedem camp wieder auf und jedes mal wenn wir etwas also jedes mal wenn wir studieren nimmt der balken ab sodass wir auch nur eine bestimmte anzahl von sachen konsumieren können swap to rick okay bei ihr heißt das study bei ihm heißt das practice rick uses items to train his direct and throwing attacks like how the princess trains her different attack styles rick defense cannot be train okay i had kind of a time to train can press the next character to do talks bei ihm heißt das bläckchen to training depends on the right ah okay wie war das jetzt habe ich vergessen worauf es bei rick ankommt bei ihm kommt es scheinbar auf das Gewicht an das Gewicht des items to trains his non elemental black magic attacks with heavy items black energy and teleport dodge okay to trains the duration of his teleport dodge by using lighter items allowed him to avoid damage for okay light white also sehr leichter items and heavy items okay if you ever need a height okay come on oh what good i 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 Ich wollte erst mal gucken, was diese Stadt überhaupt noch alles so gut gemacht hat. Da geht es weiter. Samson ist bei der... The Happy Hair. Talk to the Observer. Okay, hier waren wir schon. Er spielt halt wahrscheinlich jetzt zu. Talk to the Observer. Well, good to see a new human face around here. Wait, have you been watching me? Don't worry about this. I watch everybody around here. Especially the Beast. We get a lot of them here, you know. I have noticed that. What are they like? From out of town, I take it. They are just folks. Like you and me. Only difference is... Well, they got traits. Habits, you know. Things they... Things they do that they can't really help. What sort of things? Nothing major. Just quirks. Like those catfolks over there. They've used to banding together in the desert to survive. So, they never stray too far from one another. It's in their nature. Two steps from being animal. Which is probably why Skyweather is trying to run them up. Skyweather will scheinbar die Beastmen vernichten. War das die Version von denen sie mal sprachen? Okay, also er hat uns so ein bisschen... So, als der Beastmen sind halt so ein bisschen anders, wie das Katzenvolk da im Hintergrund. Äh... Ja, die sich nie zu weit voneinander entfernen würden. I see. I'll keep that in mind. Thanks. And clear skies. Ach, das ist ein Katzenvolk. Okay, ich hab das erst für irgendwas anderes gehalten. Talk to the Tavern, Patron. Souls like the Hans Volk are moving south. I wonder how low it be before Schiffwary is off limits to the Beast. They might even put up a second wall or set out the firebots list. Off limits to the Beast? I know it'll be long gone here before that happens. Okay, da weiß ich jetzt nicht genau, was die jetzt meinte. Irgendwas mir in der zweiten Mauer hilft. Oh, Drunken Lizard Man. Das wird lustig. Er spielt... Ah, das wird mir die Spiel mal später. Aber man... So what? You wanna put money on it? Skeptical Ben. Now I didn't say that, Lizard Man. Just find it hard to believe. Is that all? I'm telling you, I don't cry. It ain't possible. Reptiles don't have emotions. You know, that's like science. Ja, science hat auch keine... Haha. But you just laughed. Fine. I approve it. I approve it to... 500 guilders to the first out of the Lord of Yah... 500 guilders to the first out of the Lord of Yah, who can make me cry. Do your worst, cause it, just in heavening. Das ist der erste, der hin zum Heulenbring kriegt 500. Guildred? Guilded? That Beastman can surely mean that 500. It's the worstest shot as the first. What makes the Reptilian Beastman cry to win this bet? Was this the quest? Hey. What you're thinking, Lizzy? You're gonna take me up on that bet? You're talking to a guy who watched his mother devour most of his brothers and sisters while they were still in the shell. But if you think you've got the worst, then that would be my guess. Okay. Come on. Also er hat gesehen, wie seine Mutter, seine Brüder und Geschwister gefressen hat, als sie noch in... den Ei... als sie noch Eier waren. Und ja... Wenn du... noch was Besseres hast als das... Also was Schlechteres wie gesehen. Okay then, how about Armwrestling? Yes. Armwrestling? Haha, I like you. One better to tie him through. Who's next? Tough guy, hm? Maybe one of those beasts knows how to beat him. Okay, hier kann man auch sonst mit keinem reden, hm? Vielleicht heute, wenn man ihn im Gartenspiel besicht... Aber das wäre auch ein bisschen traurig. Woah, lot of beasts folk around these paths, hm? Never seen a dragon mage in my life, but tonight I've already seen two, I guess. Oh, sorry, we're going to sit down the way right in front of me. I guess they're gonna keep sparing a ground from sky weather, till they reach the coast. I never see beasts where I am from, either. So, mostly I hear rumors and tales. I guess they're safe to be around. Okay. Okay. Ich denke mal, hier können wir mit keinem mehr reden. Dann wollen wir doch mal hier in die Kneipe rein. Oh Gott. Ich würde mich ja ehrlich gesagt mal über einen Speicherpunkt freuen. Okay. Bali a baller. Haha, really? Oh, sweet. What do you have to say after that? Remy the Optimist? Say? Well, he didn't say anything. This is, he's all over the floor like that. Okay. I'm sure you'll be fine Lizard fall, please go back Don't say Okay Er sagt so, oh, der ist doch sicher Geben geht sicher gut Und er fragt nur Wachsen Echsenzehnen eigentlich nach Wem hat er denn einer reingraut? Wollen wir uns noch mal an den Tisch krabbeln? Stühle haben die hier aber auch nicht, außer an der Theke This is exciting You humans sure know how to cook You know I believe I will just have a glass of wine tonight Nice tritrocks You know you can't have that stuff This is a cause for celebration You were able to escort me out of the tangle unharmed Unharmed As promised My trust is well placed in the booth of you Both of you So eat and drink as much as you like We should get an early start tomorrow If we reach the office by dawn We can have you on a cart The sky weather Set to arrive in the daytime At most And by cart I assume You mean host Host walk carriage Okay Er sagt halt Komm wir setzen dich in eine In ein cart Ja In eine Karre sag ich jetzt mal Und die bringt uns dann da hin Und sie fragt nur so Und mit dieser Karre meinst du Eine Kutsche? Of course Of course Slip of the time Early start Well then I'd be great If we gone some service around here Achso Die steht direkt neben uns Hat sie einfach rumgedreht Thanks for the stopping By the hopping hair Folks What can I start Yeah Off with Couple of meats And a dish of kibble perhaps Haha Our servant dear We should have Our three finest steaks In our Three finest sauces One rare Well aged And with Extra butter Please Um Yeah Make mine the same I saw you Were looking forward To Something Cooked With You to recall What rare Means Yes Well Yeah I reckon You I reckon You can Put a little Cha on it for me If I want It talks Cha We welcome Beast of all folks But please Keep the fire Bracing to a minimum It upsets Patrons Patrons Ah okay Also Wenn das mir zu Ruhe ist Dann kannst du Das ja Nur ein bisschen Flapieren Noted So So What's it like Having Actual Servants It means Never Suffering A Coil used Hand Or A tired Foot Clothes Without Wrinkles Hair Without Tangles And Never A drink Without Lots Of Ice Oh And Will I get My own Servants To Is that Is what you wish Then I shall Insist upon it Daily Bars And brushing All manner Of formal wear And perhaps A personal chef At your Backhand Call Also Ich hab so Ich krieg immer mehr Das Gefühl Dass hier eigentlich Gar keine Prozesse In ist Also Die verspricht Ja hier Sachen What's that suit Your taste Rick Yeah It's a start I guess But what about you Talks I didn't say anything I know that I was asking about Man Were you Daydreaming again Nonsense Night Fell Hours ago You know What I mean Yes Yes See what I Go put Up With Princes You Certainly Are Delightful Pair How do You know Each other Like I said Tox Is my Little Brother Adopted Obviously We Came From The North Okay That's Adopted Is What a Younger Bruder That's Enough Rick Sorry Ain't none Of that's gonna matter In a couple of days Through We'll get you home Meet a king Or two And have A mate Indeed And don't worry About Talks I'm sure He will be welcomed In the new high court Magician And Official Magical Advisor Of Asenia Tempting I Do Sounds An awful Lot Of Little Work If you Ask me Some Of us Find Reward In Serving Our Society Rick Hey Yeah Smell that I think They are Down Oh Is Schon Alles Leer That Was Good Good work Taking Care Of Us Princes You're Welcome I Think It Is Getting Late Actually It Has Been Late For Some Time Now Were You Able To Make Your Engagements For The Night Talks Okay Also Sie Haben Jetzt Alle Gut Gessen Scheinbar Musste Da Nichts Extra Flambiert Werden Und Sie Fragt Ob Tox Ja Seine Abmach Wie Die Nacht Getroffen Hat Yes 4 3 Just In Case Situation Like This Oh Weiß I Supposed I Didn't Lose Track Of Time Oh Hunde Ob das Die Jagdhunde Sind Anyone Loses Anyone Else Heal Seid Sounds Like Dogs Barking Dogs Hounds We've got to get out of here What's going on Jetzt muss ich doch mal ganz ehrlich gucken Kann man über hier über das Menü eigentlich speichern Anzeige pokers will be lost Man kann hier nicht speichern Wenn ich das richtig sehe kann man hier nicht speichern Wow also so viel story bis jetzt und kein speicher in sicht na gut mal gucken was jetzt außerhalb der stadt abgibt ich hoffe wir haben jetzt hier nicht deshalb bedorf in gefahr gebracht Wir werden es ja in der nächsten stadt sehen würde mich freuen wenn ihr auch dann mit dabei seid bis zur nächsten folge ist der tänzlein macht's gut tschüss Oh Oh começa police call leto qun righto qun lee qun 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 Untertitelung des ZDF, 2020